Hallo zusammen, ich bin der Henry Techrep hier bei Oakley. Ich darf mir heute mit euch die Encoder angucken. Die Encoder besticht durch ihr rahmloses Glasdesign für ein extra großes Sichtfeld. Die Bügel der Encoder bestehen aus O-Matter, unserem extrem widerstandsfähigen Rahmenmaterial. Nasenpad sowie Bügelenden bestehen aus unserem patentierten Anoptanium Kautschuk-Gemisch, welches einen extrem festen Sitz auch bei hoher Feuchtigkeit garantiert. Das Glas besteht aus unserem patentierten Plutonite-Glasmaterial, was für eine extrem verzerrungsfreie Sicht und einen sehr sehr hohen Schutz steht. Wir haben ein sphärisches Glasdesign mit der Freiformtechnologie, welches ein revolutionäres Glasdesign ermöglicht und wir die Gläser in eine Form bringen können, die noch nie da gewesen ist. Die Encoder ist erhältlich in diversen Prism Sports und Prism Everyday Gläsern, welche den perfekten Kontrast für verschiedenste Umfelde schaffen. Das war die Encoder, die perfekte Kombination aus geringem Gewicht und großem Sichtfeld und dadurch die perfekte Wahl für verschiedenste Sportarten. Kautschuk-Gemisch Kannst du mit 5 am Entwicklung betle, die wirentwig befinden bei Ihnen, Kautschuk-Gemisch und das macht2-ANB-Glasmaterial. Untertitelung des ZDF, 2020